Musik 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 Es macht natürlich Spaß. Musik 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 Ich hoffe, es sieht direkt genauso. Musik 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 ersten genutzt das braucht man wenn man gegen timo gewinnen will spiel plätschert vor sich hin von aktion zweimal aktiv um eine gute aktion aktiv über die mitte der satz muss her jetzt mein spin gefangen 11 6 für rick aber ich versuche druck zu machen das ist noch ein ganz weiter weg spieler vom asv wenn man das spiel gewinnen will lange aufschlag über rückhand 85 und 95 und Puh, da muss man nach die Kante spielen. 6-3. Spannend ist es auf jeden Fall. Riesig! Eieieiei! Und es ist der Matchball! Jetzt macht das Ding so, die Leute rasten hier aus. Das soll was heißen. Ja! Unfassbar! Der war stark! Rick gewinnt gegen Timo. 2-2. Wir stehen im Schlussdoppel. Wir stehen im Schlussdoppel. Wir stehen im Schlussdoppel. Wir stehen im Schlussdoppel.